Willkommen Bürger und Scharlatane zu Let's Play Jacket Alien 2! Wir haben ja etwas länger nicht mitgemischt in Alruko und wir wollten ja mit unseren ganzen Söldnern und der vermutlich des ausgebackten Waffenkaufs den Süden von Kambria erobern die Mine. Und das würde ich jetzt auch über einen Angriff nehmen wollen. Nehmen wir uns alle unsere Trupps und fallen den Süden an. Abmachen! Es sind Feinde in der Nähe! Äh Feinde? Okay. Ich bin nämlich hier bestellen und in einer Truppe hier hin. Grauchen, Schleichen. Trupp 2 Okay, Wolf. Ich werde ihn hier rüber haben. Okay, quetschen wir die paar Pickel aus. Von hier aus wird das nichts. Okay, müssen wir auf den Kopfschuss probieren. Schade. Ja! 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 Dann geben Sie erstmal alle! Ja! 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 Jetzt sollten wir genügend... Ja! ...dommen zum Kucken! Und dann gehen wir mal! Ich hab gerade was gehört! Ja! Ist weit weg? Ja! Da haben wir ja einen... Das war nix! Oh! Da hat die Beste abgefangen, sehr gut! Hier! Und... Unterbrechung? Hier! Hier! Ja! 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 Das ist ein Snipey! Dreh dich mal! Die haben mich hier am Arsch! Ja, ganz ruhig! Oh, ja! Oh, ja! Oh, ja! Treffer? Ja? Oh! Treffer! Ja! 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 der Baum kommt Schade lassen wir mal untergeben ab war das Sniper Bein getroffen ja ja sehr schön 2 Trauer ja drei Trauer tot einer weniger die Kombi oder Glück der Abzug klemmt na großartig ja klemmt der Abzug ja das lassen wir mal so Sniper wo ist Sniper ja ja schade er ist fast erwischt so der anderen lassen war drinnen der ist verwundet hier hier lassen wir noch ich habe gerade was gehört ich habe gerade was gehört ja das ist der Job hier sind noch welche ja den lassen wir mal in Ruhe hier hat Sniper wohl verschönest und verfehlt schade schade zum dreck ja schwer nicht getroffen mein gott schade schade reicht mal zurück ja ja jetzt mal dahin gucken hier aber sagen wir runter verdammter Mist ja hier bleibt mal hier und wartet kurz wie viele sind es noch sollten ja neune sein genau zwei Blüter haben wir guck mal ein Sniper wo es endlich mal eintreffen könnte oh From Bojack ich will diesen Neuel gutgemacht, Niki Das sieht jetzt aus für1 wird bis zu hören die Kumpel glaube ich habe es nicht die ist Prozent auch schon wieder getroffen mein Gott er schießt aber gut zurück kommt kein Deckung so Snipey, zeig mal ob du drauf hast Mein Baby braucht ein neues Magazin. Na ist der Treffer kritisch, der geht rauf. Ja. Bojack. Damit mal die beiden. Kannst du ne Granate Baba? Und dann hat er doch ne Granate gehabt. Doch hier, ja komm. Schmeiß mal. Zum Dreck. Ja, zumindest knapp getroffen. Ja. Ich hab' im Kreuzfeuer. Moment. Okay. Ich hab' gerade was gehört. Ja. Hier. Ja. Ja. Mit Glückschancen-Aura. Ja. Das passt raus. Nachladen. Nächste Runde kannst du einen zurückhauen. Ja. Ja. So Niki. Mach mal hier. Mist. Was ist das? Ja. Ja sofort. Bojack. Ja. Bojack. Ja. Mach mal ein. Bojack will ich denn hier haben. Bojack will ich denn hier haben. Ich hab' den Dreier-Trupp gleich behaken. Er hat einen scheiß Schusswinkel. Der blutet vor sich hin. Flüss hat sich schwer getroffen. Und Erbrechung. Ja. Ja, sehr schön. Gut, gucken wir mal. Granate. Vakuumgranate? Ja. Komm, hab ich um die. Ja. Komm, das geht nicht. Komm, du kannst auf ihn schießen. Okay. Ja. Du machst es da hin und versorgst. Komm, du bist Bojack? Ja. Snipey. Snipey wartet ab. Oh, da gibt tolle Puller auf die Typen. Snipey, Snipey schießt auf die Typen. Bei dem ist du noch weg. Hier. Wir warten hier, was passiert. Na, so mit einfach. Mal gucken. Ich hab gerade was gehört. Ja. Lassen wir mal laufen. Hier. Baba, lass mal laufen. Sitalor. Hier. Der Winkel ist scheiße für Baba. Wie's für Grand aus? Oh, Kopfschuss. Bingo. Ja. Groß Snipey. Sehr gut, Snipey. Asche zu Asche. Ich mache Fortschritte. Ja. So, gefällt mir das. So, Bojack. Mein Rettungssanitäter. Verbünde mal. Ah, oui. Guckst du mal gleich da runter? Ja. Das ist noch ein bisschen Munition. So. Müssen wir mal gucken. Wie viel haben wir noch? Sechs Feinde sind noch. Einer ist schwer angeschossen. Einer ist schwer angeschossen. Okay. Der Sniper passt das erstmal. Ja. Mit dir gehen wir ein Stückchen vor. Du sitzt hier sicher. Einer soll hier leicht vorgehen. Wart mal. Brunussel verbunden. Sechse. Einer ist schwer angeschossen. Der blutet vor sich hin. Macht fünf. Vier war mindestens einer. Okay. Sieht jetzt ganz gut aus. Sitalor. Shit. Komm aber. Ja. Rönt. Ja. Niki. Das kann er, kann er, kann er, schießen. Was muss man da machen? Der Löschmur. Das war entschieden zu knapp. Ja. Ich bin eben besser als der Durchschnittsöldner. Ja. 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 Müsst der sich zurück. Ja. 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 Rojack soll mal sich hier hinstellen. Ja. 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 Fonlust schon mal hier. Ja. Hier. Die sollen mal alle ihre... Ich muss mal nachladen. Ja. Und den Kläten auch einmal nach. Okay, wir haben alle noch Munition. Wo ist Rolf? Ja. Rolf hat nichts zu sehen. Da warten wir ab. Ja. Oh. Hier. Superbar, du hast uns einen echt guten Platz. Sehr schön, Trevor. Niki, räche dich. Trevor, ja? Eingetroffen, hingefallen Ja Gehört, gibt ihn den Gnadenschuss Bingo Was ist das? Sehr gut Oh, weia Ja Der Nächste Okay, wer kann ihn sehen? Ja Niki kann ihn sehen, Niki Ich möchte mal, dass du auf Feuerstoß gehst Ja So, der kann einen sehen Streifschuss Dank Abquerschläger Ah, ja, dreh dich mal Oh, knapp Ja Niki hat nichts gesehen Pornos geht ein bisschen in Deckung Ja Sniperwolf hat keine Sicht Schöner Sniperwolf hier Können Sie ihn jetzt sehen, ja Ah, schön Sniperwolf Asche zu Asche Gut Wir sehen zwei, zwei Leute Wir wissen, einer ist noch schwer verrundet Wir haben hier einen Hauptfeldwebel Die Elite Kämpfer, der Anführer Noch ein Hauptfeldwebel Vier Mindestens einer schwer verwundet Da haben wir den dritten Ja Den könnt ihr vielleicht Wolf sich schnappen Wolf könnte aber auch hier In dem Typen So, kein Schuss fällt Den siehst du nicht Wieso siehst du den nicht? Okay, Wolf Geh mal ein zurück Wenn du siehst, kannst du den nicht beschließen Ja Ja Grendit mal nach Ja 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 das ist mit einem ein Weg und leichte Munition Planen wir mal nach immer noch viel Einschwerferhunderte Blut ist hier vor sich hin Aui Wolf da hat jemand was Verloren so kann sie den nicht sehen das sind die Ausrüstung an den Nachtiggerät oder so? Nö die Sohle liegt immer noch der Volk die die Aufmerksamkeit das ist gut die Stellung das hat den Weg heute müssen das war da und ab aber können sie noch machen bisschen druck aufbauen ich hab da was gehört ja fast komm Flo schieß mal schön in den Rücken da hat sie uns eingespottet das hat sie nicht erwischt den kritischen der muss bald bewusstlos werden oder verboten da haben wir das ist für mich spannend schade wurde nicht getroffen was für ein Schuss ich hab den Bogen raus alter Falter es ist dein zweites Level jetzt in der Runde hui ja ja das sollten wir uns mal ansehen ja 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 das war ja 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 da ja 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 das ist da ja Sie sind hier Da ist er Jetzt wird's lustig Ja Leutnant Treffer Kritisch Gut gemacht wohl Oh, Baba ist fast tot Grant Jetzt kommt's drauf an Baba Hat keine Ausrüstung Er hat hier Verbandzeug Ira, hast du Verbandzeug? Ira hat Verbandzeug Verbinde ihn Ja Hier Wie viele Gegner sind's noch? Sind her geworden Sechs Okay Zwei Und was müssen wir uns einmal zurückziehen und neu organisieren Einen Leutnant haben wir uns aber ordentlich gegeben Drei Sie haben mich hier am Arsch Hier Jetzt geht es Gesund Da haben wir noch mal einen War nicht für wohl Ja Danke Asche zu Asche Ja Niki geht zurück Ich brauche Bojack Bojack muss unterstützen Das ist kein Verbandzeug mehr Wer hat noch Verbandzeug Ja Ja So wurde es Durch den Beschluss Entdeckung bezwunden Nicht schlimm Einen gesunden Einen kritischen Starken Uff Gas Wo Einen Niki es stimmt ja gut okay gut wir müssen müssen uns zurückziehen wir haben trotzdem gegner ordentlich geschwächt haben wir so stehen lassen ja komm steh mal auf einmal dahin ja ja das war nichts ja bleibt hier im eine reise verbinden so verbinden und mann gott und wurde gut es geht um woher das verbunden aber auch zu können ich bin Ja. Oh Gott. Äh, oui? Ja. Oder will ich hier haben? Ja? Willst du da hin? Deine Rücken sichern? Flur will ich als Sniper an Anführungsstrich lassen? Ähm, die will ich hier. Okay. Wenn die treffen würden, dann hätten wir schon viel geschafft. Uh, das war gut erschossen. Shit! Ich lerne schnell! Was wohl? Ja. Mein Baby braucht ein neues Magazin. Ja. Niki? Die Entdeckung? Ja. Grant? Wo sie stiften? So gut wie es geht? Ja. Bojack? Sehr schön. Ja. 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 Da holen wir eine Farbe raus. Ein Stück vor. Meine Frau kommt. Aber raten wir den ein. Ja. 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 Das muss er hier sichern. Hm. Der ist sowieso. Der ist einmal getroffen. Den geht schlecht. Ja. Ja. Baba kann ich nicht sehen. Runde einer Granate oder sowas. Niki muss verbunden werden. Wo ist der Einhörer? Der hat noch Verbandszeug. Du hast noch Verbandszeug. Könntest du da so oft als Niki verbinden? Ja. Ich soll hören und fühlen. Ja. 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 Ja, da geht ein Stückchen vor. Seht ihr jetzt, Spielzugsspieler. Jetzt hängt es kurz, aus welchen Gründen auch immer. Komm, jetzt lassen wir es hängen. Ja. Also, Wolf. Du musst nachhören, ich kann es mal wieder schießen. Wo geht vor? Ja? Die will ich hier haben. Wie kriegen wir es am besten hin? Er schießt hier auf den Baum, da wird er vermutlich was treffen. Da wird höchstens Bojack. Bojack ist noch relativ fit. Wenn er vorläuft, können wir ihn vielleicht mit zwei Leuten treffen. Ja. Ah nicht, okay. Meine Zeit ist schon fast rum auch für heute. Und dann muss ich das wohl mit einem hochspannenden Cliffhanger beenden. Na, gucken wir mal. Snipey hat ganz schön getroffen. Ja. Zurück. Ja. 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 Oh, oh, oh. Ja. Kann ja sein, dass Snipey-Wolf drauf geht. Wird wohl so sein. So und zurück. Die Stellung wechseln. Ja. Ja. So und zurück. Hier. Oh, oui. So, geben wir nochmal ab. Ah, das hätte nur eine Mörsergranate echt gebraucht. Oh, wie Feuerschutz. Ja. So, Bojack, dein Moment. Komm. Danke. Ja. Cornös, dein Moment. Charle, haben wir noch irgendjemand anders, der eine Unterbrechung hat? Ja. MD hat noch eine Unterbrechung. MD. Klennt, der Azu Klennt. Na, großartig. Schon wieder. Ich will jetzt aufhören, so zu bluten, habe ich gesagt. Ich habe so eine seltene Blutgruppe. Geiler Spruch. Oh, Mann. Ja. So, ganz schnell, sich da oben hin. Ja. 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 Wir gehen hier hin. Ja. Ja. Wir gehen alle nochmal einen Schritt zurück. Oh, oui. Dass der Gegner kommen muss. Ja. Und dann, liebe Leute. Es ist leider so weit, dass die Zeit rum ist. Und ich die Folge mit einem Cliffhanger beenden muss. Aha. Man soll es nicht stören. Gucken wir mal. Fünfe sind es noch. Also mit ein bisschen Glück könnte man es vielleicht nehmen. Äh, noch gewinnen. Mit ganz viel Glück. Na, schauen wir mal. Aber, wir beenden das erstmal für diesmal. Und ich freue mich schon auf die nächste Folge. Ob wir uns zurückziehen können. Oder ob wir vorstoßen können. Wir haben hier noch alle Möglichkeiten. Wenn wir eine Runde gut machen können, können wir mit einem Leuten abhauen. Haben aber hier den Leutnant, den Offizier geschlagen. Ähm, das ist alles gut. Also gut, dann bis zum nächsten Mal, liebe Leute.